So, zweiter Tag, das heisst für Abendessenstag, am 5. Juli. Ziel ist es mal nach Amerika zu fahren, ich will sicher gut an. Amerika, ein Dorf, eine Gemeinde, egal wie, werden wir uns besuchen. Das heisst, wir sind ja gestern Abend schon am Stuberthour gewesen. Und heute geht es mal rechts ab. Nummer 38 vom Radweg entlang fahren. Auch ein schöner Platz. Das ist ja ein Tausendsmangel. Eben, voll der Nau in der Nase, mit den beiden Traktoren mit Hänger. Schönen Tag, das ist ja auch nicht passiert. Düstere Nacht und Triletten. Jeakterien Tag, das weiss an der Nase, mit der Nase, die Nase bemerkt, bei uns schwerer Rettungsmaßnahmen, als Schönen Tag, das auch nicht wundern. Sopfer Stuttgart und des Gnabels, wurde am Wochenende Anbieter untergebt. Auf dem Schönen Tag noch die Rettungsmaßnahmen an. Tierreißen Tag o' Zusatz. Musik 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 Musik